Mein RTL Das waren nur ein paar Ladenhüter. Und das ist ein Bestseller. Jetzt mit drei um nur neun Cent in alle Netze. Dazu das Nokia 6280 ab drei Euro. Niedermeier, die Bestsellerzone. Hol das Beste für dich raus. Jetzt bei Niedermeier, der Philips LCD-Fernseher um unglaubliche 1199 Euro. RTL präsentiert Best of Musical 2006, demnächst in Wien. Mit Weltstar Uwe Kröger erleben Sie die absoluten Highlights aus den Originalproduktionen. Mama Mia, König der Höhe, Drei Musketiere, Elisabeth, Dirty Dancing und viele mehr. Tickets unter 01 79 39 79. Best of Musical 2006 vom 31. März bis 2. April in der Wiener Stadthalle. Für ihr Baby ist Muttermilch das Beste. Für die Zeit nach dem Stillen gibt es von HIP eine probiotische Folge mit Milchsäurekulturen, die ursprünglich aus Muttermilch stammen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Musik, Fernsehen und Games auf Ihrem Handy. Dazu in alle mitzutelefonieren um 19 pro Minute. Machen Sie alles, aber keine Kompromisse. Jetzt kommt rein. Ich glaube 50 sollte man das machen lassen. Mir fällt doch nichts. Ich habe keine Schmerzen, null Beschwerden. Pünktlich jeden Tag bei der Arbeit wie ein Uhrwerk. Ich war mein ganzes Leben gesund. Immer für meinen Chef da. Für solche Sachen habe ich keinen Kopf. Außerdem ziehe mich da nicht raus vor dem Fremden. Auch wenn es der Doktor ist, na na. Und weh tut es vielleicht auch noch. Es ist Ihr Recht, die Darmspiegelung schmerzfrei zu erhalten. Fragen Sie Ihren Arzt oder die Krebshilfe nach der sanften Darmspiegelung. Hochwürden, ist das für Sie Fasten? Nein, denn Fasten heißt verzichten. Aber das schmeckt doch ein bisschen zu sündig. Das neue Fasten wirkt wie Fasten, schmeckt wie Sünde. 0,1% Fett? Du sollst nicht lügen. Wählen Sie jetzt Ihre Fernsehlieblinge für die Kurier Romy und gewinnen Sie einen Alpha, Prera oder Fernsehluxus von Philips. Teilnahmekarten in der Trafik oder mitwählen auf www.kurier.at. Wissen, wo es lang geht. Kurier Romy 2006, präsentiert von T-Mobile. Das neue Fasten wirkt wie Fasten, schmeckt wie Sünde. Familie Kater muss am eigenen Leib spüren. In den Hügeln, da leben Menschen oder sowas ähnliches. Sie sind nicht allein. The Hills Have Eyes im Kino. Nächsten Freitag, 21.15 Uhr. Servus, Zuschauer. Servus, Anni. Es wird sportlich. Ja. Die Kraft, die weiß, wie das geht. Vom Golfplatz. Mir ist ein bisschen schwumm. Ins Studio. Die Gäste. Heiner Lauterbach und Dieter Bohl. H betrifft die große Freitagsshow. Nächsten Freitag, 21.15 Uhr. Hier bleibe ich jetzt, jetzt allein. Let's dance. Demnächst wird richtig das Tanzbein geschwommen. Manche können's halt. Mal schauen, wie sich unsere Stars schlagen. Let's dance. Tanzduell der Stars. Ab 3. April, 21.15 Uhr. Die Freitag-Nacht-News. Sehen Sie gleich. Geburtenrückgang. Die Bundesregierung sucht immer noch nach dem Schuldigen. Neuer Look. Bill von Tokio-Modell beim Friseur erwischt. Und mit mir im Studio. Janine Kunze. Verlassen Sie sich drauf. Die Freitag-Nacht-News. Die neuen Folgen. Gleich. Mein RTL